ARD Text im Auftrag von Funk Den kann man auch nur als Pre-Traitor eröffnen Ah ok, interessant Ich bin Pre-Traitor Oh, ich bin schon wieder innocent, ich bin schon wieder fast gestorben wie dieser Discord Ich bin Terrorist Kommt nach oben Geh weg, du Sau Nein Boah Wie soll die Sau sein hier, ne? Alles klar Ich hol mir neue Granaten Adeso Hi Wow Na Tee Tee, ciao Nein Boah Nein Boah Alter Schwede Wir wissen aber, wie jeder Fabi bestimmt Hier ist keiner mehr Oh, gerade hast du gerade einen Newton Launcher Nein Nein Wetten, er hat einen gehabt Ich wette, er hat auch einen gehabt Halt's mal Halt's mal heute aus, völlig länger Luke, hast du den Dingens? Den Golden Gun? Nein, nein, ich hab keine Golden Gun Er hat einen, ich hab das gerade gesehen Boah Boah Ach, das ist Esu Esu, du Schwein Warum tötest du den? Hey Mach dir doch, schau doch nicht auf mich Oh my god Ich hab keine Ahnung, wer 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 Der ist hier Oh my god Nein Lebt jetzt Muka eigentlich noch? Wo ist Muka? Lol Oh man Ich hasse Men Nein Wer lebt jetzt eigentlich noch? Jeder Dann habt die DDR gegenseitig abgeschossen Luka lebt ich noch Luka Luka Luka, soll ich denn sagen das ist er der Ledeck der Besslerin Boris es nur keinen buffshat? Nein Ja, ich weiß nicht Auf die Man-Hit. Bist du eigentlich Luca? Nein! Nein! Luca! Okay. Hauptsache, die Zuschauer müssen mal gucken. Da, wo man das erste Mal hochgeht, am weißen Auto, da gibt es so eine Fensterbank. Da sind Munitionen. Dann haben wir auf Granaten gelandet. Danke für den Newton-Launcher, Luca. Ich bin jetzt vier Runden hintereinander wegen einer Discombo gestorben. Hauptsache, ich laufe mit dem Newton-Launcher quer durch euch durch, schieße dann auch rum, und dann knallt ihr euch auf einmal alle gegenseitig ab und nichts entkommen. Ich habe auf dich geschossen, da war mir das Tier dazwischen gelaufen. Weil du mich jetzt getroffen hast! Ich habe aber alles auf Luca geschossen. Weil der Diso schießt auf mich! Ey, die Man-Hacks sind mega lästig. Da findet man einfach voll schnell die Übersicht. Ja, ihr wart da irgendwie nicht Man-Hacks ab schießen, und ich schieße die ganze Zeit auf euch. Ich habe schon gesehen, dass du auf mich geschossen hast, aber irgendwie... Aber irgendwie... Habe ich nicht denken können. War noch so abgelenkt von der Tatsache, dass Diso auf mich geschossen hat, obwohl ich ihn verteidigt habe. Nein, du Nutte! Fabi stirbt auf ihren Aids! Nein! Oh, nicht schon wieder! Hey, Deezoo von Fraz Cate! Hehehe... Deezoo! Jehehe... Deezoo! Hehehehe.. JJ! Je . Clever, clever! Ich bin ein Detektor und ich bleib mit dir nicht in einer düsteren Ecke. Kann er mal kurz mit uns? Oha, was war das? Ich hab mich nicht getroffen. Ich hab Angst davon. Hey, was war das denn? Nosekiller war das. Nosekiller war das. Seid den Detektiv getötet. Du hast vor allem den Detektiv getötet. Mitten in der Menge. Den hab ich nicht getötet. Was ist denn los bei dir? Parry, untersuch die Leichen. Ich glaube alle sind schon tot. Parry, du Sohn. Oh, was kommt? Ich mach die Tür zu. Die hat die Diga da nicht gesucht. Weiß nicht. Ich hab die Männer da reingelegt. Und du hast mich gesagt, sie haben so gesehen eingesperrt. Merkst du den Fehler? Luca, was war das? Ich hab mir gesehen, dass ich Farbe gefüllt habe. Ja, weil du den mitten hier in der Menge erschießt. Und keiner guckt so. Allen so. Juhu. Mhhm. Mhhmm. Mhhmm. Ich schieß mir der golden gunner neben vorbei und er fetzt mein Fosch auf einer schrotes Gesicht. Ich hatte voll so Angst, weißte. Ich hatte Angst in mein Leben. Mhhhhh. Oh. Und die Technik fand auch Boddy-Mamor. Ah, nice. Parry. Oh. Till? Ja. Guck mal. Grunde hat erst jetzt angefangen. Ja. Ich wär aber nicht. Ja, war's ein Glück. Oh no. Du Arsch. Yo, ich lief mit dir jetzt an, ey. Oh. Bleib mal stehen Luca. Bleib mal stehen. Luca, bleib mal stehen. Alles klar, willst du sterben? König ist an, los. Ok x5 Wann und Test. Mucka ist es, mucka ist es. Nein, bin ich nicht, ehrlich. Der hat einen Newton Launch in der Hand gehabt, der penner. Hat ich nicht. Aua, Aua. Aua. Geht weg von mir. Ich bin friendly. Detektiv, kannst du mich heilen? Hey, ich hab das gesehen. Warum schießt du auf mich? Ich hab gesehen, wie du den abgeknallt hast. Boom! Nein! Das ist so witzig. Die schießt die ganze Zeit und keiner trifft. Wo kam der Reso auf einmal her? Ich hab mich angesneakt. Ich war voll unerfällig, wie du einen Fall mir getötet hast. Luca, gehst du bitte weg? Okay, ich geh bitte weg. Perry! Du schießt doch, wenn ich den kille! Luca, willst du sterben, was? Luca, willst du dich verarsch? Ich will nur um mich zu schießen. Okay, du willst sterben, was? Du willst sterben. Perry? Ja? Pusha Bier mal in uns einen Trickwärts. D-N-E-C-O-N-N-I. Äh, falsch. Fabi? Ja? Pusha Bier mal in uns einen Trickwärts. D-N-E-C-O-N-N-I. Hast einen Zettel da? Suche schneller als ich. Auch, ja. Aber ich bin wirklich in uns einen Trickwärts. So, wer hat die geschmissen? Desu. Desu hat die geschmissen. Desu hat die geschmissen. Desu hat die geschmissen. Desu hat die geschmissen. Hä? Ich bin gerade erst ins Ziel gekommen, ey. Wieso ist Till verletzt? Hat der Luca getötet? Ja, wir haben Luca nicht am Quo-Bar-Kampf gemacht. Okay, glaube ich ja nicht. Du hast viel zu viel AP dafür. Fabi! Desu auf! Alter, aufschießt auf mich! Warte, warte, warte! Nicht Desu anschießen! Nicht Desu anschießen! Okay. Naja. Warum? Weil du neben dem Traitor stößt und einfach nix machst und guckst wie der uns anschießt. Achso, okay. Deswegen hab ich ja gesagt, schieß den Don nicht an! Schieß den Don nicht an! Das war nämlich wieder so ein Moment. Hä? Wollt du nicht? Ich hab für keine Munition. Wie du läufst mit einer leeren Waffe durch die Gegend. Ja, ich hab mit einem Magazin. Nein! Mordat, Fabi! Mordat, Fabi! Mordat, komm her! Wieso, du bist nicht mein Opfer? Das ist mein Opfer. Nö, du siehst mich nicht. Okay, für dich nicht. Fuck. Ja, aber es ist Luca. Wenn ich sterbe, dann ist es. Wenn ich sterbe, dann ist es Ty. Ty! 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 Musik! Ich hör nix! Ah! Oh, wir hatten jetzt... Oh, wir hatten jetzt... Oh, wir hatten jetzt... Oh, wir hatten jetzt... Uh, ah! Luca ist gestorben. Wer hat die geworfen? Fabi? Ich nicht. Guck meine Waffe an. Ich war das nicht. Welche Waffe hat ihn getötet? Wotze. Was? Schlotze, Schrottgang. Ja, welche von denen? Wer hat von euch eine? Pum... Pum... Shut up was. Lobelol. Boilol. Eule, dat die doch story. Ja, das war was so mit Buka! Das war es so mit Buka! Ey Till! Joil, Till hat die Arme. Till will... Till will ein bisschen nutzen! Okay. Sorry, das wusste ich nicht. Hahaha, mach ca peuter. Ich hab mich schon auf Steve zu geflangt Äh, Senior ist meine Schuld Lebt der noch, oder? Ich werde behaupten, Till ist Traitor Ich weiß nicht, ob der noch lebt Was ist mit? Mit? Ey, guck mal den so zu, die Reflexe von dem sind der Hammer Darf man den Crossbow benutzen? Ich wusste nicht, ich dachte du wärst Luca, sorry tut mir leid Aber ist Luca der andere? Hä, Luca ist doch Tor Ich bin ja nicht schon Da wo er läuft Da ist auf jeden Fall so ne Tür, wo der Traitor durchgehen kann War Perry Traitor? Nein Natürlich nicht Die anderen beiden sind Traitor Ne, aber mein ist es jetzt Till und Fabi sind es Darf ich denn den Crossbow benutzen? Ja, ne? Ja, ja Ja, ja, den darfst du Aber nicht die Arme Hauptsache der D so sagt das noch so Hä? Wieso soll Luca der Traitor sein? Luca ist tot Die anderen auch schon tot seid Was? Dann geht er durchschlupen Oh, was das denn? Halt mal, was willst du? Aaaaaaah Ich meine, ich war krassiv hier Oh, weil ich sterben müsste Parry Na, die ist für eine Banate Oh, Gott Miau Miau Was? Ich bin bei D zu Oh, hallo Hey Oh, Gott Lol, der ist immer gestorben Luca ist tot Identifizier ihn Hey, wie hast du jetzt die Tür hier aufgemacht? Die geht bei mir nicht um Oh, Luca, du bist so ein Bob, wa? Ja Die Tür, die geht bei mir nicht auf Ist das schon irgendwie mega realist? Das ist eine Weltraumstation Die sind so komische BTR-Panzer mit MGS Hi, Fabi Hi Adeso Fabi, geh weg von mir Sehr gut, ich geh ja schon Na Parry Oh Mann, wo seid ihr denn? Ohoho Wo ist Lukas Leiche? Da, wo du im Waden im Gang kommst 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 Kann aller Seite langlaufen Weil hier oben war ich noch nicht Oh, hi Parry Oh, hi Parry Desu Was bist du da? Wer hat da geschossen? Wer hat da gerade geschossen? Wer hat da gerade geschossen? Fabi ist hier Was hat Parry? Könnte Desu gewesen sein, der war ich noch bei Parry Hä? Du warst nur auf Wow Ey, Till schießt Till hat mich angeschossen Till wollte mich anschießen Oh, wart ihr getötet? Ich hab gar nichts getötet Confirm mal die Leiche Mit was ist er gestorben? M4 Ja Ja, und ich hab ne Shutgun Merkste was? Ich hab ne Megton Hat Desu Ja, ich hab diese Autosniper Der Detective kann danach gucken, wen der als letztes gesehen hat Ja, der Detective war Luca Ja, und der ist gestorben Fabi Ja, Luca Fabi bist du es nicht oder Desu? Desu ist hier Ich bin es nicht Warte, ich bin es auch nicht Ja, ich bin es auch nicht, wer ist es dann? Hä, Desu Nein, ich bin es auch nicht Desu war jetzt aber bisschen lang Alter, warum schießt Ey, äh Fabi hat auf mich geschossen, stimmt gar nicht Ist das nicht diese bramische Theorie? Äh Theorie Eigentlich müsste Desu sein so Hast du die, hast du die Mine nicht gesehen? Hast du die, aber ich hab nicht geschossen Ja, wer hat sich getötet Hast du die Mine gesehen? Ne Ich hab nicht drauf geachtet Der Perl mit einer Silus M4 getötet Yo Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen Wenn ja, dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da Oder kommentiert das Video Hier oben habt ihr jetzt nochmal ein DayZ Video Und unten den letzten TTT Part Haut raus!